Willkommen bei Collectcast Niederösterreich, dem Podcast, der Einblicke in die Landessammlungen Niederösterreich gibt. Diese Folge ergibt Einblicke in den Sammlungsbereich Urgeschichte und historische Archäologie. Mit etwa drei Millionen Objekten bildet der Sammlungsbereich Urgeschichte und historische Archäologie den umfangreichsten Bestand der Landessammlungen. Auch der Entstehungszeitraum der hier vertretenen Objekte ist mit gut 40.000 Jahren beachtlich. Die Objekte bilden die archäologische Kulturgeschichte im Gebiet des heutigen Niederösterreichs ab, vom erstmaligen Auftreten des Menschen bis an den Beginn der Neuzeit. Der Aufbau der Archäologischen Sammlung begann 1911 mit der Gründung des Niederösterreichischen Landesmuseums. Unter den ersten inventarisierten Objekten sind zwei silberne Zikadenfibeln der Völkerwanderungszeit aus unter Siebenbrunn. Den Grundstock der Museumssammlung bildeten Privatsammlungen. Später wurden die Bestände durch eigene Forschungsgrabungen oder von Ausgrabungsprojekten, die durch die Niederösterreichische Landesverwaltung gefördert worden waren, erweitert. Durch Schenkungen erfuhr die Sammlung wertvolle Ergänzungen. In einigen Fällen wurden auch Ankäufe getätigt, um Objekte von besonderem kulturhistorischem Interesse, wie zum Beispiel den Schatz von Wiener Neustadt, zu erwerben. Der Großteil der im Sammlungsbereich Urgeschichte und historische Archäologie inventarisierten Objekte lässt sich den beiden Materialgruppen Stein und Keramik zuordnen. Alleine Artefakte aus unterschiedlichen Feuersteinen bilden einen beträchtlichen Teil des Fundbestandes. Hierzu zählen auch die ältesten Objekte, Steinwerkzeuge aus der Zeit der letzten Neandertaler, um 40.000 vor heute, aus der Gudenushöhle im Kremstal. Mit der Sesshaftwerdung der Menschen und dem Beginn der Landwirtschaft vor ca. 7500 Jahren benutzte man zum Kochen und zur Vorratshaltung Keramikgefäße, die dem veränderlichen Zeitgeschmack entsprechend geformt und verziert waren. Sie gehen allerdings leicht zu Bruch, sodass wir heute nur große Mengen, meist eher unansehnlicher Scherben vor uns haben. Für die Archäologen ist Keramik aber eine der wichtigsten Quellen, da Formen und Verzierungen die Zuordnung zu Kulturen und Zeitstufen erlauben. Optisch ansprechender sind Schmuckstücke, Geräte oder Waffen aus Metall. Sie bilden nur einen relativ geringen Anteil am Gesamtbestand der Sammlung, nicht zuletzt deshalb, weil Metall immer schon einen hohen Wert hatte und man zerbrochene oder unmodern gewordene Objekte recycelte. Die Nachfrage nach Metall führte sogar dazu, dass schon in der Bronzezeit Räuberbanden ganze Gräberfelder nach Schmuck und Beigaben durchwühlten. Neben den archäologischen Originalen umfasst die Sammlung auch Repliken von Werkzeugen, Schmuck und Waffen. Diese waren ursprünglich im Museum in der Wiener Herrengasse, dessen Ausstellung stark objektbezogen war, zu Typentafeln, z.B. von Schwertern oder Beilen zusammengestellt. Spätestens mit der Ausgliederung der Sammlungen ins Museum für Urgeschichte und der Übersiedlung in die Außenstelle Schloss Aspern an der Zaya in den 1960er Jahren ging man von der reinen objektbezogenen Präsentation ab. Der damalige Museumsleiter Franz Hampel war ein Pionier der Experimentalarchäologie, die sich mit Gebrauchs- oder Herstellungsspuren an Artefakten befasst und die Theorien durch wissenschaftliche Experimente überprüft. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt von Hampel war der bronzezeitliche Bergbau. So legte er bei Ausgrabungen in Priglitz an der Hohen Wand mehrere Erzverhüttungsstellen frei. Um die einzelnen Arbeitsschritte besser verstehen zu können, führte er vor Ort Versuche zur Aufbereitung und Verhüttung von Erd durch. In der 1970 eröffneten Dauerausstellung in Schloss Aspern war ein originalgetreuer Nachbau seines Versuchsofens, der auf Grabungsfunden beruhte, zu sehen. Gleichzeitig begann Hampel mit der Errichtung von lebensgroßen, voll funktionsfähigen Modellen im ehemaligen Schlosspark, der zu einem archäologischen Freigelände umgestaltet wurde. Das damals für Österreich völlig neuartige Vermittlungskonzept des Museums für Urgeschichte, heute Mammuts Schloss Aspern, wurde seit der Eröffnung 1970 konsequent weiterentwickelt. Heute beruht das Mammuts auf drei einander ergänzenden Säulen. Die Schausammlung mit ausgewählten Objekten der Landessammlungen, dem Freigelände sowie den Workshops und Lehrveranstaltungen zur experimentellen Archäologie. Darüber hinaus wird in Aspern auch an der wissenschaftlichen Erschließung des Sammlungsbestandes gearbeitet. In Kooperation mit der Donau-Universität Krems bearbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler archäologische Fundkomplexe, um sie bei Tagungen vorzustellen und in Publikationen oder Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017